Aber damit rechnet man ja auch nicht Dass einem plötzlich das Auto umkippt Ich meine ich habe schon gesehen, dass es ein bisschen sehr schwer wahrscheinlich ist Aber dass das Auto noch nicht mal das kann Hätte ich jetzt nicht gedacht So Oh man sieht ja sogar hier drinnen, dass da oben die Lampe an ist Na gut, dann ist das halt so Du willst mich überholen? Weißt du, was man eigentlich mal probieren müsste? Ob man denn auf die Schippe nehmen kann? Aber er ist leider ein bisschen schnell Warte, wir probieren das mal mit dem Nachbarauto Oh! What? Ähm So wie gerade Wir haben einen Gummitrecker Ich merke das schon Wenn der irgendwo gegenfährt, dann Prallt der erstmal ab Als ob er in Gummi einglasiert ist Und so leicht ist wie Eine Feder Ist ja unfassbar So, da lief da Wollen wir mal versuchen Dass wir den irgendwie Gefasst kriegen Oder ich muss ihn erstmal wieder Äh, das war auch nicht so geplant Kann ich den denn so hochheben? Ne Aber so müsste es gehen Ja Jetzt nur noch richtig hin Los, rutsch Rutsch Ich meine, wenn du so liegen bleibst Boah Das hat sich gut verkantet da drin Sehe ich eigentlich was, wenn ich innen drin sitze? Nö Egal So sehe ich was Los, fahren wir vorbei Was passiert, wenn ich jetzt rüberfahre? Boah Der bremst aber spät Aber immerhin bremst da Mensch Der Wassereffekt ist schön Oh Fahren wir schön hinter ihm Und dann haben wir das auch gleich Da, wo es hingehört Und dann würde ich auch sagen Dann mache ich eine Aufnahme-Päuschen Ich bin jetzt sehr ruhig geworden Das ist man gar nicht gewohnt Von den Anfängen Und dann heißt es für mich Rendern, was das Zeug hält So, dass es dann auch pünktlich Am 26. kommt Wird wahrscheinlich am Abend dann Öher sein, dass die Folgen kommen werden Aber Mal gucken Rums Ich finde ja schön, dass man die ganzen Fahrzeuge Auf der Karte sieht Mit den ganzen Achso Ähm Mit den ganzen Punkten, die da so sind Boah Beinahe hängen geblieben Hä? Falscher Unterstand? Ach nee, da ist er ja Und rückwärts Na Bleibst du wohl liegen Jetzt noch ein bisschen da hinschieben Wird schon passen So Dann haben wir das ja auch geschafft Und jetzt heißt es sowieso für uns Abwarten und Tee trinken Weil jetzt müssen die mich erst mal Die ganzen Getreidesorten müssen erst mal wachsen Was passiert eigentlich, wenn ich da drauf springe? Ach, ich wiege nix Wow Ich bin ja richtig akrobatisch hier Mensch Bäh, bäh, bäh Ob ich wohl aufs Dach komme? Okay, da komme ich nicht hin Das wäre jetzt irgendwie witzig gewesen Oh, hör mal Da muss man sich glatt mal den Ton etwas lauter machen Da darf ich natürlich nicht sprechen Aber Ey, das ist ja wahnsinnig schön Was ist denn da hinten noch? Das ist ein Fragezeichen Könnte das sein, dass da vielleicht ein Goldnugget liegt? Dass mir das das erklärt? Oder was ist da? Hier ist Wasser Was ein bisschen merkwürdig aussieht Übrigens So, was will mir das sagen? Brunnen Anbrunnen Wie diesen kannst du Wassertanks auffüllen Nur mal angenommen Wassertanks Das klingt jetzt so für mich Warte, das will ich jetzt nochmal eben gucken Ähm Wassertanks Tanks Tanks Aber der ist eigentlich mehr für Fahrzeuge gedacht Schiebeschild Diverses Ne Walze? Wofür brauche ich denn ne Walze? Mit diesem Fass lassen sich Flüssigkeiten transportieren Mit dieser Maschine stellst du den ursprünglichen Feldzustand wieder her Ach so Was heißt also wenn ich jetzt Das ist natürlich praktisch Wenn ich jetzt also mit dem Flug das Feld vergrößert habe Könnte ich das damit wieder herstellen Das ist ja mal schön Dass es jetzt auch mal sowas zum Löschen gibt Das hat mir nämlich immer gefehlt Bei den ganzen Teilen Hier, das hier finde ich ja auch nicht schlecht Hier mit diesen Förderbändern Du könntest ja jetzt theoretisch Dieses Förderband dann nehmen Und stellst das an einem LKW Weil du kommst ja normal da oben nicht hin Mit dem Mähdrescher Finde ich gut Dass die das jetzt endlich mal mit eingeführt haben Weil dann kannst du nämlich Mit deinem Kipper Deswegen hast du ja Hinten an dem Ein Anhänger Dieses kleine Loch Was wir ja am Anfang benutzt haben Weil dann kannst du das nämlich da reinkippen Und dann läuft das das Förderband hoch Und dann würde das in den LKW geladen werden Hier steht es ja auch Förderbänder dienen zur Beladung deiner Kipper Dieses Förderband nimmt Material vom Boden auf Und transporziert sie weiter auf das nächste Förderband Vom Boden auf Dieses hier Förderband dient zur Beladung Das hier wird wahrscheinlich das sein Was ich benötige Dieses Förderband dient als Zwischensegment Kartoffeln und Zuckerrüben Werden mit dieser Maschine in Paletten Für den Verkauf gepackt Oder auf Förderbänder verladen Bitte was Paletten Muss ich jetzt etwa auch noch Paletten kaufen Oder wie Darf ich das jetzt verstehen Oder kommt die dann hinten raus Und dann muss ich die eigentlich nur noch auf dem Auf dem Hänger packen Und dann bringe ich die weg Weißt du wie geil das wäre Düngerstreuer Das sind die ganz normalen Die wir kennen Hier sind die Spritzen Wow Der New Holland Düngerspritzen werden Für die Ertragssteigerung Von Feldern benutzt Halleluja Wir gucken uns das jetzt mal gerade So ein bisschen an Weil wir jetzt gerade mal ein bisschen Zeit haben Strieger Mit dem Strieger Entfernst du Unkraut von Feldern Mit jungen Getreidepflanzen Und verbessert so den Feldzustand Das kannst du während Der ersten Wachstumsphase der Pflanzen Nein es gibt jetzt Unkraut Bitte Ich sehe ehrlich gesagt noch nichts zwischen Aber es gibt jetzt Unkraut Habe ich das gerade richtig gelesen Wie geil Ist Das denn Ich bin gerade total Boah Mit dem Stieger Entfernst du Unkraut von jungen Getreidepflanzen Und verbessert so den Feldzustand Das kannst du nur während der ersten Wachstumsphase Der Pflanzen nutzen Und es kommt sogar hier bei dem noch Dünger hinzu Sämaschinen Da gibt es ja auch wieder verschiedene Hier gibt es zwei Die sehe ich hier schon mal Das ist eine ganz normale Übliche Das ist die Die wir jetzt haben Hat aber auch Ne gar nicht wahr Die haben wir Drei Meter Abstand Das hier ist dann die Maschine Für Sonnenblumen Sojabohnen Zuckerbohnen Zuckerrüben Was die hier nicht kann Die hier kann nur Kartoffeln pflanzen Was haben wir hier Hier hat er auch wieder Saatgut Und Dünger Die werden dann auch immer größer Bis hin zum Boah Wie viel passt da rein 8000 Liter Die hier ist aber noch größer Mit 9000 Litern Aber hier ist überall Dünger mit drin Boah Bis wir da irgendwann mal hinkommen Das wird noch dauern Wir haben ja im Moment Das Great Plans Haben wir hier So was gibt es denn hier noch Grubber Moja So 14,5 Meter Spannweite Das ist schon ordentlich Was gibt es denn hier noch so Die Kettensägen Da gibt es wieder die 4 Stück Hier Steel Da ist auch noch so ein Aufkleber Bei gewesen bei der Collectors Inzwischen Spritzen Überladewagen Was ist denn ein Überladewagen Überlade dient im Einsatz Auf dem Feld Als Zwischenspeicher von Fruchtarten Aha Ich konnte jetzt aber immer noch Nicht so richtig sehen Ob ich hier irgendwo Einen Wassertank herkriege Da Güllefass Ja es ist Ein Güllefass Es ist kein Es ist kein Wasserfass Hier sind auch immer so Puzzleteile Hier sieht man nämlich Zu welchem Fahrzeug Das auch noch gehören würde Es sind voll groß Große Wagen Ne Güllefässer werden für die Ertragssteigerung An Feldern benutzt Ja das ist mir Wahr Ist ja richtig Gibt es hier was Im Sonderangebot Nö Rübenernte Da gibt es hier auch wieder Die großen Maschinchen Was ist das eigentlich Mit dieser Maschine Sammeltst du Zuckerrüben Von Bohnen Achso Und das hier ist für Ich dachte eigentlich Das wäre für Kartoffeln Entweder Kann ich hier wirklich Nur Rüben mit Ernten Weil normalerweise Waren doch noch die Kartoffeln dabei Oh Das Dreschwerk ist auch Schön groß Was ist denn das da Ein Schneidwert Von Dreschen benötigt Das ist richtig Hier nur Sonnenblumen Das ist hier nur Sonnenblumen Pflücker Quasi Das hier ist für Mais und Sonnenblumen Interessant Das ist höchst interessant Was es hier alles So für Maschinen gibt Ach hier Kartoffelernte Da ist er ja Da gibt es auch wieder Dieses Riesenteil Pflügen Düngerstreuer Ich glaube ich habe jetzt So mittlerweile fast alles Kipper Jujuj Der größte Lässt sich sehen Das ist hier für LKWs Mit dem Kippereinhänger Können Fruchtarten Transportiert werden Auflieger werden Mithilfe eines Dollys Angehängt Okay Vor allem wegen dieser hier Dafür brauche ich die Förderbänder Um das oben drauf zu bekommen Gab es denn hier Eigentlich auch Dass der Miststreuer Es fehlt doch noch Was ganz entscheidendes Wo kriege ich denn das Gras drauf Ach hier Ladewagen Das ist der kleinste Und das geht dann Noch in die Höhe Huch 50.000 Liter Passt da drauf Mensch Tja Was soll ich sagen Jetzt haben wir da Natürlich eine Ewigkeit Im Menü rumgehaust Ich glaube 10 Minuten War ich jetzt da fast drin Ne Die Zeit die vergeht Aber auch Oder 5 Minuten Immerhin Hier ist ein Feld Gehört das mir Ja das gehört mir Ist aber noch nichts Gewachsen Und bei dem Feld Auch noch nicht Doch Die Hälfte ist schon mal Gewachsen Wie sieht denn das Da eigentlich aus Ist da Unkraut Zwischen Das Problem ist Ich weiß nicht Was man hier als Unkraut definieren kann Na das ist so ein bisschen Die Frage Himmel sieht schön aus Kann ich hier schlafen gehen Mal gucken Das wollte ich mir ja nochmal Ansehen Was ich hier echt noch Schön fände Wenn man ins Haus Gehen könnte Ne Oder irgendwie die Türen Öffnen kann Vom Gewächshaus Was daneben ist Hier dampft es sogar Unsere Frau ist gerade Da drin und kocht Wahrscheinlich Unser Abendbrot Nö man kann tatsächlich Nicht ins Haus Ist schade So haben die schon Eier gelegt Ja Hier liegen welche Einen hab ich schon mal Drei Eier haben wir Hier ist sogar noch Ein Goldnugget Fünf Sechs Sieben Acht Neun Das lohnt sich ja schon Beinahe Da ist noch eins Böh Äh Ich hänge Schade dass man da drüber Springen muss ne Weil irgendwie Geht die Tür ja nicht auf So, wo kann ich denn Huch, wo kann ich denn eigentlich Hühnereier verkaufen Das steht hier wieder nicht Vielleicht da oben Was bedeutet eigentlich dieses Zeichen Bodenbeschaffenheit Oh, muss geflügt werden Jetzt verstehe ich das Man muss tatsächlich Den Boden Irgendwann muss man mit dem Flug Wieder drüber fahren, damit die Bodenbeschaffenheit Besser wird und dann muss man grubbern Ah Das ist interessant Das ist echt interessant Kraut entfernen Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich dann Da mal drüber muss Und dann das Unkraut weg machen muss Mich würde mal Interessieren Viehhändler Ich kann mich da hinbeamen Unglaublich Tiermenü öffnen Kaufen Verkaufen Hier könnte ich jetzt quasi Schweine und sowas Und Kühe und sowas verkaufen Und kaufen Nö, will ich aber nicht Wo verkaufe ich denn die Eier? Oder sind die schon verkauft? Das habe ich jetzt natürlich nicht geguckt Einnahmengebäude Einnahmeernte Verkauftes Holz Verkaufte Ballen Verkaufte Milch Wo steht denn hier was von Eier? Einnahmeernte Ja Steht hier nicht Bestimmt steht hier irgendwas von gesammelter Eier? Eier im Rucksack 10 Eier im Stall 1 Ja, aber wo verkaufe ich die? Jetzt mal ganz im Ernst Das hat mir keiner erklärt Ich weiß, dass es bei den Bei den früheren Teilen war es immer so Da musstest du dann zu einem Haus fahren Und dann bist du einfach in diese eine Markierung gelaufen Und dann wurden die Eier verkauft Aber wie ist das hier? Ich glaube, das finde ich zum nächsten Mal heraus Es ist ja jetzt auch schon spät Mittlerweile Wir sind zweieinhalb Stunden dabei Dieses Spiel uns anzugucken Und ich muss ganz ehrlich sagen So mein erster Eindruck ist echt Wow Ich kann es einfach nur jedem empfehlen Also das fühlt sich sehr gut an mit dem Spiel Es macht schon sehr viel Spaß Es ist vor allen Dingen sehr dynamisch geworden Und die Atmosphäre ist einfach ein Träumchen Also wenn ich mir hier schon alleine den Sonnenuntergang angucke Mit dieser Landschaft im Hintergrund Das ist echt ein Traum Ich weiß nicht, wie weit wir das beim nächsten Mal schaffen werden Was wir da so alles machen werden vor allem Ich weiß auch nicht genau Ob das vielleicht sogar eine Live-Let's-Play-Aufnahme wird Ich möchte euch schon mal vorwarnen Ich wollte nämlich jetzt das erste Also wenn ich das das erste Mal spiele Wollte ich jetzt eigentlich mal so zusammenfassen Dass ich das spiele Im Let's-Play Aber noch kein Live-Let's-Play Oder irgendwie auf Twitch Schon mal da bin Sondern ich mach das jetzt einmal so für mich Und vor allen Dingen ist dann für euch der Eindruck Auch etwas impulsanter Als wenn ich das jetzt als Live-Let's-Play mache Und dann auf den Chat eingehe Weil bei dem Chat ist immer das Problem Da lässt man sich immer so gerne ablenken Macht zwar sehr viel Spaß Nur Ja, es ist immer ein bisschen anders Ihr müsst mir das einfach mal so in die Kommentare schreiben Ob ihr das schreibt, weiß ich nicht Ihr könnt es ja mal machen, wenn ihr möchtet Was ihr davon haltet Wenn das mal so als Live-Geschichte Bei Twitch verfügbar ist Dass ich das einfach mal nebenbei mache Und dann halt aufnehme Etc. pp Aber das werde ich noch selber entscheiden Ob ich es mache oder nicht Was Fakt ist Es wird auf jeden Fall Ähm Mal live passieren Dass ich es streamen werde Vielleicht mit anderen zusammen Mal gucken Wie sich das ergeben wird Aber auf jeden Fall Vielen Dank für euer Interesse Vielen Dank fürs Zuschauen Und ich hoffe Euch gefällt das Spiel genauso wie mir Und ich hoffe auch Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder Wenn es wieder heißt Terra auf dem Hof Und all die anderen Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye bye Und tschüss Und tschüss Dschüss Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.